Herr Schmidt, Sie präsentieren sich hier auf der Automatica 2012. Wo liegt denn die Stärke von Kloß Schweißtechnik? Ja, Kloß ist ein Familienunternehmen, heute in der dritten Generation, 1919 gegründet. Und seit jeher beschäftigen wir uns mit der Entwicklung des Schweißens und vor allen Dingen der Schweißgeräte und automatisierten Schweißsysteme. Und wir sind hier auf der Messe präsent, um unsere neuen Techniken zu zeigen. Wir produzieren ja alles von der Stromdüse bis zur komplexen Roboteranlage, alles aus einer Hand. Und das ist der Vorteil von Kloß, ein Ansprechpartner, wenn es um Systemlösungen geht. Was zeigen Sie hier alles auf der Messe? Wir zeigen hier unsere neuen Robotersysteme, insbesondere einen Hohlwellenroboter hier mit integriertem Drahtantrieb. Der hat den Vorteil, dass er keine Störkanten aufweist und so auch in die Werkstücke tiefer eintauchen kann. Auf der anderen Seite ein Siebenachser Roboter mit exzentrischer Roboterachse. Das ist einmalig auf der Welt. Außerdem zeigen wir hier natürlich die Modularität unseres Baukastensystems. Wir können also von kleinen Roboteranlagen bis zu großen Roboteranlagen fertig designte Werkstückpositionierer oder auch Roboterpositionierer anbieten und so komplexe Robotersysteme zusammenstellen. Wo liegen denn die Vorteile der Schweißprozesse RapidWeld und ColdWeld? Ja, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, sind wir ja Spezialisten bei den Schweißprozessen. Und hier haben wir zwei Schweißprozesse weiterentwickelt. Einmal den RapidWeldprozess, ein Hochleistungsschweißprozess. Der bewirkt hohe Abschmelzleistungen und tiefen Einbrand. Beim ColdWeldprozess haben wir einen Wechselstromprozess. Der bewirkt, dass wenig Energie in das Werkstück eingebracht wird. Und dadurch natürlich auch dünnere Materialien verschweißt werden können, ohne dass die Werkstoffeigenschaften beeinträchtigt werden.